In diesem Video möchte ich euch mal die Zoraki 906 mit der PDB 1064 im Kaliber 9 mm PRK vorstellen. Es handelt sich auch hierbei wieder um ein Schreckschussmodell, welches ich wirklich uneingeschränkt weiterempfehlen kann. Das möchte ich direkt jetzt mal hier zu Beginn schon mal loswerden. Also sei es die PDB 946, 1012 oder 1064, wie wir es jetzt hier vorliegen haben, absolut empfehlenswert. Egal ob es sich um die Zuverlässigkeit, die Haltbarkeit oder Sonstiges handelt. Also das muss man wirklich schon mal direkt zu Beginn sagen. Ich kann es uneingeschränkt weiterempfehlen. Genau. Mir gefällt die Waffe einfach aufgrund dessen, weil sie wirklich extrem kompakt ist, allerdings dennoch sehr gut in der Hand liegt. Also das muss man schon sagen. Und natürlich aufgrund des kurzen Laufes ist die natürlich extrem laut. Also gerade für Silvester auch für den einen oder anderen vielleicht ein schönes Stück. Wie es der Name schon sagt, ist die Waffe sechsschüssig. Das heißt, wir haben hier unten den Magazinauslöser an der Unterseite des Griffstücks. Und können somit unser sechsschüssiges Stahlblechmagazin entnehmen. Der Magazinschuh ist natürlich wieder aus Kunststoff. Und auch bei der Ladbarkeit, sage ich jetzt mal, vom Magazin gibt es aufgrund dessen, weil es einreich ist, überhaupt keine Probleme. Das heißt, ich kann den Hahn oder beziehungsweise ich muss den Hahn vor Betätigung des Schusses einmal vorspannen, damit ich den Hahn dann auch betätigen kann. Wir haben des Weiteren hier auf der linken Seite eine kleine manuelle Schwenksicherung, wo dann der Abzug gesperrt wird und somit ein Auslösen des Schusses nicht mehr möglich ist. Was wir des Weiteren haben, ist extrem gut auch fürs Führen dieser kleinen Schreckschusswaffe eine sogenannte Sicherheitsrast. Das heißt, wieder eine Rast, in der der Hahn nicht auf dem Schlagbolzen aufliegt und somit gerade, wenn wir die Waffe noch gesichert haben, ein sicheres Führen ermöglicht wird. Also das ist wirklich schon mal sehr gut. Des Weiteren haben wir auf der linken Seite einen Verschlussfanghebel. Das heißt, bei leergeschossenen Magazin, so wie es jetzt gerade der Fall war, rastet der Verschlussfanghebel selbstständig ein. Und man kann quasi jetzt wieder das Magazin entnehmen, füllen, erneut einsetzen und schon ist die Waffe wieder schussbereit. Genau. Die Schwenksicherung, sage ich mal, ist ebenfalls auch der Demontagebügel. Darauf gehen wir jetzt direkt mal ein, zur Demontage. Ansonsten sei auf jeden Fall noch mal zu sagen, dass die Verarbeitung des Kunststoffgriffstücks extrem hochwertig ist. Also da gibt es wirklich von meiner Seite her jetzt überhaupt keine Abzug- bzw. Kritikpunkte oder Ähnliches. Und auch die Oberfläche der Verschlüsse als auch der Läufe ist wirklich extrem gut geworden. Also da gab es natürlich oder gibt es auch aktuell immer mal noch so ein paar Problemfälle bei Zoragi. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, die Oberfläche hat halt nichts mit der Zuverlässigkeit zu tun. Zur Demontage. Zur Demontage müssen wir einfach nur den kleinen Sicherungshebel nach links, also ganz nach unten drehen und können ihn dann schon rausziehen. Der Demontagebügel ist im Übrigen aus Zinktrokus. Jetzt am besten auch wieder den Hahn vorspannen, dass es schön einfach geht. Den Verschluss nach hinten ziehen, leicht anheben und schon ist die Waffe demontiert. Wir haben hier den Verschlussblock aus Zinktrokus. Die Feder- und Federführungsstange ist aus Stahl. Der Verschluss. Da gehen wir direkt mal auf die Unterschiede zum 946er Modell ein. Hat natürlich ein bisschen mehr Beschriftung bekommen, wie man es hier unten sehen kann. Allerdings hält sich das immer noch stark in Grenzen. Die Schrift ist noch ein bisschen heller geworden als jetzt hier oben bei dem 946er Modell. Ansonsten ist aber fast alles gleich geblieben. Wir haben hier mal den direkten Vergleich der beiden Verschlüsse. Auch da ist wirklich hier nochmal zu sehen PDB 946 und 1064. Alles gleich geblieben. Wir haben weiterhin hier einen Stahlstift bei der Schlittenfangaussparung. Wir haben eine Stahleinlage im Stoßboden. Wir haben die Auszieherkralle aus Stahl und den Schlagbolzen selbst natürlich ebenfalls aus Stahl. Also auch da hat sich wirklich absolut nichts geändert. Das muss man wirklich mal so sagen. Weil immer viele sagen, die neuen PDBs sind irgendwie schlechter. Aber das kann ich so überhaupt nicht bestätigen. Also da ist wirklich alles gleich geblieben. Wie gesagt, auch die Oberfläche in meinen Augen sogar fast besser geworden als bei den älteren Modellen. Das ist mir auch schon bei der PDB 1070 der Zoraki 914 aufgefallen. Also da kann man wirklich nichts sagen. Zum Griffstück. Hier haben wir auf der rechten Seite das Modell der 946 und hier unseres 1064. Also auch da, wenn man schon mal so grob drüber schaut, gibt es überhaupt keine Unterschiede. Wir haben auch hier immer noch den Ausstoßer, welcher aus Stahl ist. Der Verschlussfanghebel ist ebenfalls immer noch aus Stahl. Und des Weiteren haben wir auch hier noch die Stahleinlage im Hahn. Also auch da gibt es keine Negativpunkte, ist alles gleich geblieben. Und das Einzige, was sich hier tatsächlich geändert hat, man kann es schön sehen, ist die Ausfräsung im Patronenlager. Hier oben haben wir die PDB 946, hier unten die 1064. Ist halt jetzt im Vergleich zur alten PDB auf beiden Seiten geschwächt. Aber auch das macht überhaupt keinen Unterschied. Ist ebenfalls nichts Negativeres. Zur Laufschwerre. Auch da kann man nicht wirklich sagen, dass sich da viel geändert hat. Also das ist wirklich auch noch nahezu gleich geblieben. Die größte Änderung ist bei diesem Modell mit der 1064 tatsächlich die Schwächung im Patronenlager. Ansonsten zusammengebaut wird die Waffen natürlich wieder in umgekehrter Reihenfolge. Verschlussblock samt Federführungsstange einfach einsetzen. Dann natürlich den passenden Verschluss aufsetzen. Einmal nach hinten und schon ist die Waffe wieder montiert. Ansonsten jetzt natürlich noch den kleinen Montageblock rein, beziehungsweise Montagehebel. Den Sicherungsblock, das geht tatsächlich bei den neueren Modellen ein bisschen schwerer als bei dem alten. Allerdings tut das nichts zur Sache. Kommen wir direkt mal zum Lieferumfang. Dabei ist natürlich noch so ein kleiner Kunststoffkoffer. Der 2 AG906. Des Weiteren dann die übliche Beschreibung. Auch da natürlich in den verschiedensten Sprachen nochmal beschrieben. Und auch da gibt es natürlich wieder sämtliche Warnhinweise und halt auch zerlegen zusammenbauen. Als auch eine kleine Explosionszeichnung. Des Weiteren natürlich dann noch die Reinigungsbürste und der PDB-konforme Abschussbecher. Ist mittlerweile auch wieder so, dass nur noch die eine PDB draufsteht. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich werde jetzt direkt im Anschluss noch den kleinen Schusstest einblenden. Und ich wünsche euch schon jetzt viel Spaß beim nächsten Video. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim nächsten Video.